Herzlich Willkommen Leute zu einem neuen kleinen Horror-Game. Boah, da sieht es schon krass aus. Haben wir eine Maske auf oder? Sieht so aus, ne? Können wir rennen, okay. Was ist so dunkel? Können wir mal hier darstellen? Ne, geht nicht. Haben wir jetzt Licht? Ja. Und wo sind wir? Sieht wie vergaßt aus hier? Pistole, da muss ich hin. Okay, dann haben wir eine Pistole. Ich glaube, hier muss ich nicht weiter, oder? Dann muss ich die Tür aufschießen da hinten. Boah, sieht so crazy aus. Die Bewegung war so komisch. Closed. Krass. Du siehst nicht. Du siehst einfach nix hier, ne? So crazy wie da, du siehst nichts. Krass. Ich hab's schon sehr intensiv gemacht, ja. Keine Lichte? Ne. Ja, das muss so eine Bodycam sein, ne? Da ist ja auch die Intensität, die Intensität, Entschuldigung. Jetzt runter. Ja. Geht man freiwillig in den Keller, oder nicht? Ja. 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 Hier ist auch nix, glaube ich. Alter. Ich hoffe, ihr seht im Video überhaupt irgendwas. Ja, ist zu dunkel. Und jetzt? Gibt es eine Taschenlampe, oder sowas? Die da liegt vielleicht. Kann ich die nehmen? Die hier. Aha. Geht doch. Ja. Das Sichtfeld aber auch sehr eingeschränkt durch das Licht, durch die Lichtkegel, ne? Ja. Ja. Ja, wir müssen in den Keller. Ja. 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 Shoot. Alter, riesig hier. Alter, willst du mich verarschen? Boah, hab ich keine Sau, oder? Hier. Das ist wahr. Das ist ein Wetter. Ich habe einen Tief. Ich habe einen Tief. Die Musik macht mich bekloppt. Kommt hier wieder einer. Hier war der Typ drin. Wir sind die Geschichte. Wir haben sie schon heute. Psychopathen unterwegs hier. Oh, da ist noch einer. Alter. Kleiner Wichser. Boah, leg mich, ey. Der sieht sehr eklig aus, Mann. Der sieht eklig aus. Sieht wirklich widerlich aus. Noch einer hier. Ist mein Tier wieder? Wofür? Der ist schon Baby dabei. Ich kann sie wohl töten. Geil. Ja, Leute. Kurzes Spiel. Ich glaube, das Spiel hat Potenzial. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich packe euch den Link in der Videobeschreibung. Könnt ihr euch einfach runterladen und selber spielen. Haut rein.